Wir wollen ja auf der Langstrecke insgesamt wachsen. Es ist immer wichtig, mit Partnern gemeinsam zu wachsen. Insofern versuchen wir, an den Endpunkten unserer Strecken Partner zu finden, wie zum Beispiel Copa Airlines, Alaska Airlines, die dann unsere Passagiere in ihre Zielöhr weiter befeuern können. Wir können schon im Winterflugplan 1112 eine weitere Partnerschaft mit Bahamas Air verkünden, die wir von Fort Lauderdale dann nach Nassau und Freeport weiter befördern können. Wir werden im April unsere 10.767 in Empfang nehmen. Wir hoffen, dass wir im Dezember, Januar Ende des Jahres unsere 11.767 bekommen und dann im Mai, Juni nächsten Sommers dann auch die 12. Wir werden unsere Streckennetz sowohl in touristische Orte wie Cancun, Kuba, Dominikanische Republik weiter ausbauen. Wir haben aber auch Zielorte in Nordamerika, die wir zukünftig ins Programm neu aufnehmen wollen. Bei den Beschäftigungszahlen macht sich das sehr, sehr positiv bemerkbar. Wir haben ungefähr derzeit 2.500 Mitarbeiter und wir suchen alleine in diesem Jahr 300 neue Mitarbeiter, sowohl im Cockpit-Bereich als im Kabinenbereich, aber auch in der Technik in Frankfurt, in der Technik in Berlin und auch in den Bürobereichen, dem sogenannten Overhead, wollen wir mehr Leute einstellen. Wir sind im Markt als Condor unserer Meinung nach sehr, sehr gut positioniert. Unsere Strategie beruht ja darauf, dass wir ein Drittel unseres Umsatzes gut ein Drittel mit dem eigenen Veranstalter machen, ungefähr ein Drittel mit anderen Veranstaltern in Deutschland machen und ein gutes Drittel im Einzelplatz verkaufen. Insofern hängen wir nicht von einem Segment zu stark ab. Das ist schön ausbalanciert und haben daraus die Kraft, a. über die letzten Jahre sehr, sehr gute Ergebnisse bei Condor zu erwirtschaften und b. auf der Basis guter Ergebnisse der Vergangenheit kann man natürlich auch für die Zukunft sehr optimistisch sein, dass unser Unternehmen nicht nur wächst, sondern in der Fluggesellschaft wachsen zu lassen. Das machen ja alle, sondern das Geheimrezept ist ja, wie wachse ich und verdiene Geld dabei. Und wir sind uns sehr sicher, dass wir beides gut hinbekommen werden.